So Leute was geht ab, mein Name ist Blackdude und ich begrüße euch zu diesem neuen Video. Diesmal ein kurzes Video, da ich euch noch ansprechen wollte, dass ich gerade ein Designer für Thumbnails, das Intro, Stream Overlay, Kanalbanner und Kanalbild suche. Falls ihr Interesse habt und das richtig gut könnt, schreibt es gerne in die Kommentare. Ich werde euch dann auf Discord, Skype oder anderen Plattformen hinzufügen und mal schauen, was daraus wird. Wir sehen uns beim nächsten Video bzw. Stream, haut rein, ciao!